Aber nicht deutsch sprechen. Ja, okay. Hier riecht es schon nach Pferd. Riecht es schon nach Pferd, ne? Ja, eindeutig. Lippurkabonan, Mangis, ja, also Mangosteenplantage, die sind alle die Bäume von Mangosteen. Ja, aber da sind keine Früchte dran. Nein, noch nicht, ja, da gibt es dann auch schon Kaffee, Kaffee, Kaffee Baum, ja. Da gibt es dann, ini, Anu apa ini? Yang ini apa ini? Ini Mangis. Yang ini? Mangis. Mangis juga, ja. Sama, tapi gak banyak daunnya. Ja. A wenig platter aber da ist auch Mangosteenbaum, ja. Kalau ini kopi, ja. da gibt es auch schon andere früchte baum ich frage nach dem rafting da gibt es auch schon ein schlauchboot aber das wäre für die kinder nicht für uns da ist jetzt ein Papaya Papaya und wir hatten morgens auf unserem Obst Papaya beim Frühstück glaubst du uns ist der Name eingefallen die 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 das ist gut die 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 Das ist schon mehr Wasser für eine Wildwasserfahrt. Das ist Bambus, ja? Ja. Aber es ist schon verschiedene Sorte von Bambus. Das ist schon die kleinere Bambus. Wir haben in Karlsruhe im Garten gekauft für teuer Geld. Das wächst ja nicht bei uns. Die werden da gezüchtet und es gibt spezielle Gärtnereien, die sich auf Bambus spezialisiert haben. Aber der ist dann so dünn und wird auch nicht hoch. Die werden auch sehr hoch bei uns. Vielleicht 10 Meter. Die wir hatten, das war Ratho, damit die anderen Leute nicht rein gucken können. Das war vielleicht 2 Meter hoch. 1,80 Meter hoch. Ja, aber... Ke mana kita ini, paling bagus? wo ist das? in der Timur oder dort? dort ist es прямо bei der Kolam und Wiener für die Pemanjungen? in der Timur? in der Timur? in der Timur? in der Timur, also nicht darauf achten? da gibt es Berugas Berugas Berugas, ich glaube, war hier in der Kazebo Berugas Eher die, wo man so rumsitzt, ja. Was machst du Bild von mir? Nein, von deiner Schrift. Oh ja, das ist gut, ja. Die deutsche Reiseleitung. Das sieht gut aus. Oh, schön. Das ist gut. Also das nächste T-Shirt, was du machen lässt, machst du dann in Farbe. Es sind oben schwarz, in der Mitte rot und unten gelb. Farbig, ne? Bisschen bunt, ne? Ja, dann sieht man das gleich als deutsche Flagge. Ach so. Ohne, dass du die Schrift liest. Das ist gut, eine Idee, ne? Obere schwarz. Obere schwarz. Genau, die obere Zeile mit deiner Internetadresse. Schwarz. Das mittlere rot. Und das, oh. Das ist cool. Gut, 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 gut. Haha, wie war's? Es gibt immer Ideen, wenn man so oft Gespräch führt mit Fremden. Ich meine, da war... Weiß nicht, wenn da nie so... Mit Freunden, ja, mit Freunden. Ja, du hast es fast gehört. Ich habe gesagt, mit Freunden, ja. Nicht mit Fremden, ne? Fremde oder Freunde, ich lieb. Das gibt's ein Lied, das heißt Fremde oder Freunde. Ah, nein. Zwei Varianten gibt's. Ivalu les Lied singen, deswegen. Ja. Wir können ja mal Supernova fragen, ob er das Lied Fremde oder Freunde für uns singt. Er macht immer Spaß. Am Anfang hat er gesungen, I believe I can fly. Das macht er immer zur Begrüßung. Wenn wir kommen, dann singt er uns ein Lied. Und dann hat er versprochen, ich singe euch ein zweites Lied. Ah, okay. Da mussten wir tagelang warten, deswegen musst du heute Morgen das zweite Lied singen. Hier kann man Kanu machen, da etwas Meerwasser da, weil es tiefer ist, ja. Ja, so für Einheimischen, schon ein bisschen Action heißt das, ja. Ach, Action gibt's ja auch. Ja, für Einheimischen, ne. Da kommen Leute aufs Angeln, ne. Da steht ihr da. Auch sind zwei auch da. Und müssen die jetzt was bezahlen dafür, Ivalu? Nein. Da braucht man ja nicht zu zahlen. Da gibt's vielleicht keinen Fisch auch, ja. Aber Angeln, ja. Ja. Ja, das ist sowieso von Verden, ja. Ja, die Abschluss, ja, genau. Von Wimbrus, ja. Da, Bule, ja, das ist. Oh, Bule? Ja. Ja. Ja, die Touristen, ja, hier. Ja. Ja, die Touristen, ja. Ja, die Touristen, ja. Ja, die Touristen, ja. Ja, die Touristen, ja. Ja. Ja, die Touristen, 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 ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist ja zum Bogenschießen Da kann man auch schon hier angeln, das ist ja kein Swimmingpool Zum Angeln Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und da kommen viele einheimische Lokale Genau, meistens am Sonntag, heute Samstag Erst dann vielleicht heute Nachmittag kommen welche Aber dann meistens dann am Sonntag, ja, sind die da Oh, schön, ja Das ist eine gute Kamera jetzt, na, ist es Samsung oder? Das Handy, ja Wie meinst, ja Wie meinst, ja Wie meinst, ja In die Richtung, woanders, in die andere Richtung laufen wollen, ja Nicht unbedingt Nicht Dann, ja Kita lewat sini aja ya Kayaknya berarti balik, ya Ya Skiit ya cuma ausgang, ya Vielen Dank. Wow, Pferde. Was, die Blumen? Achso, die Mimosa. Mimosa, ja. Ja, wir sind doch dann hier lang gelaufen. Oh, woanders lang gelaufen. So, die große Pferde, ja. Willst du reiten? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Reiten ist nichts. Aber das sieht jetzt noch okay aus. Ja. Wir haben Dokumentation gesehen, wie die Pferde gequält werden. Die kriegen kaum zu essen. Oh ja. Die schweren Touristen sitzen dann oben drauf und reiten die armen Pferde. Ja, die Einheimischen sind meistens hier, die hierher kommen, ja. Die sind ja schon leichter als die Touristen, ja. Oder? Ja. Auf jeden Fall. Kleines Vivit. Kleines Vivit auch. Die will keinen. Aber vielleicht. Kelowar, ich weiß nicht. Seht ihr, so eine Kraftfahrt? Schau mal. Mach schon mal. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020